Neues Land für uns zum Erforschen. Haha, guckt mal, ich kann beamen. Ja, das könnt ihr nicht. Ihr könnt nur mit eurem gigantomanischen Bobbes leuchten. Und sagen wir mal ehrlich, das macht euch nicht gerade attraktiver. Genauso wie dieses Rumspucken. Das können auch Kautabak-Menschen. Oder der Wyatt, aber der Wyatt ist gerade nicht hier. Ah, scheiß Stechmücken. Muss dieses Geräusch hier drin sein. Von denen habe ich in letzter Zeit wirklich genug. Schön machst du das. Äh, was habe ich denn jetzt? Oh, da war einer hinter mir. Das hätte mir doch auch mal einer sagen können. So. Ähm, ja, Matt hat es eh mehr verdient. Der verdient einen Schlag nach dem anderen. Rotila, Rocktila, Rotakila. Ey. Mama, er ist fertig gerupft. Kannst mit Kochen anfangen. Wird aber eine zähe Suppe. Jahöffn teeth. Kannstensäin fillen, hat er mit in den von der, und ist halt nicht die Ziele in unsererksiin. Koffen. Und wie ich mache.